hallo leute da sind wir wieder bei einem neuen let's play grounded warte schon etwas länger drauf weil ihr wisst der grimm joe of survival games interessiert ist und es sich einfach interessant anhört einfach mal geschummt zu werden und im garten zu überleben wer will das denn nicht so naja dann fangen wir mal an single player später kommen noch andere also wahrscheinlich aber erst mal alleine new game also okay dann mode selector okay das kann ja das kann so bleiben piet wollen wir nicht ich nehme dich hops willow also dem max piet ich weiß nicht ich i take nix war ein nice to meet you to ok ok ging schnell ratzratz also gibt es nur vier charaktere also man kann sie man kann es nicht selber auswählen dachte es gibt vielleicht ein intro okay wir sind nein nein aber die hätten uns guck mal hier werden wir wurden extra geschrumpft glaube ich hat jemand extra glaube ich gemacht naja wir werden wir waren mal sehen also wir werden mal die story zocken also die kampagne das ziel ist es ja wieder herauskommen ok was ist v hier wir haben ja nicht worum geht es denn lang guck mal kurz um wir werden erst mal gucken ich will mal schon steine sammeln ja ach so das kann man dann wer pro action ok mit steinen können wir uns dann auch beteiligen ach so da sind baseball hier können wir noch nicht was ist hier mit mushrooms nicht aha kackermaus geh weg also ich kann es das hier das hier oder das hier bleibt mal so ok also food haben wir auch food also was zum essen machen ja und hier ist irgendwie so eine station ja genau ja genau weiß ich auch nicht das wissen wir auch nicht kollege find more evidence so so sind alle hier gut drauf hier ne ihr seid doch nett so warte hier nehm ich aber ach so ok ja nicht mit uns kollege nicht mit uns geh mal kurz rein ok ja da ja 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 Wir müssen uns ja erstmal auch orientieren. Jetzt ist da was aktiviert, ne aktiviert ist es nicht, ist es nur an, warum blockt der Obseret Laser, so, warte, warte mal, so, das deutsche Setting kommt erst später, hab ich gelesen jetzt gerade, wir müssen uns erstmal mit dem englischen verfassen, oder verfassen, sammeln wir auch, ok, Sammelei, fängt schon an, ähm, find whatever we can, one of the, ok, wir müssen dann runter hier, das startet ja nicht, ne das hier startet nicht, warte mal, wie geht's um uns lang, worum geht der eigentlich, warte mal, gucken wir uns jetzt mal genauer an, wie hier gehen, wie die Scheiße blockiert, dafür müssen wir erstmal was finden, ne, ähm, ne map, serious machine, fieldstation, baseball, gehen wir einfach weiter, wie wir ja, also findet man Wasser nicht so, ja, also findet man Wasser nicht so, ja, oder was, dass ich finde irgendwie was, Warte? ja, dann habe ich mich schon nur da, So das haben wir auch Gegen die will ich jetzt auch nicht kämpfen Nehm ich mir aber Oh shit Wir haben gar nichts Oh shit ist die Schnell Ja Jetzt muss ich mal kurz so Sachen finden Aber wisst ihr was Ich gehe mal kurz dahin wo Wo der Turm da ist Gibt es da ja was Also eine Axt oder sowas Spielzeug Axt Oder was Kann man so Wir gucken uns auch um Ah man kann auch so hoch Okay warte Das finde ich cool Das finde ich cool Ach so Hier braucht man Level 2 Dinger Wo finde ich jetzt Am Block der Option Was ist Weaknet One of the Lasers Ja Ich habe es ja gefunden Aber das Problem ist einfach Das Problem ist ja Ich brauche ja Eine Axt Oder etwas ähnliches Oh niederau Okay Das ist ein Achso Ja Da wirft man immer sowas weg Ne Ja Tropicog Punch Heißt Wahrscheinlich Ähm Stank Also Der Sand Ähm Boah Alle Was ist das hier Tropicog Ich habe fast die ganze Map Bekundet Alter Hier ist die Maschine Ich muss da hinten Man kann sich auch hier so orientieren Also man kann hier Was machen Cool Arrow Sprint Boost Falsch Weapon To Creation Okay Next Art Wir brauchen Wir auch nicht Eher Tools Dann Ne Triplets Backpack Wir brauchen auch Backpack Wie ist das Ne Haben wir gar nicht Ist ja auch der Anfang Erst Aber Trotz In Wo Wo Ist das normal Ja, das ist die Natur. So wird das gemacht. Hier bekomme ich eine Axt. Hm, ich muss mal gucken, wie die Target Maschine, ne, ja, dafür brauche ich die Dings das hier, Request Benchmark, mache ich hier was, also, auf jeden Fall, hier war es so ein Cut, kann man mehrere jetzt aufnehmen, ja, ok, das muss ich halten, jetzt brauchen wir nochmal, ok, Kraft and Equipped, ok, wir haben zwei davon auch aus, einen kann ich eigentlich wegschmeißen, aber egal, vielleicht können wir hier Throne. Was ist das hier? Chopping Tool, ok, wo ist denn ein Chopping Tool? Chopping Tool, ähm, Torch Tools, äh, muss man hier gucken, leider haben wir gar nichts, ich glaube, das muss man finden, ok, das muss man finden, ok, das muss man finden, ok, data aus, was ist das denn? Wo finde ich das denn jetzt, Kollege? ich gucke mal ganz guck mal hier hin mittig da weißt du was ich gehe mal erst mal da hin dann verschwindet man ja auch da wird ok raw meat man da wo willkommen ja ich habe jetzt was ja das muss man auch karten kacke wollen unbedingt mit scheiß teil rock rocken kann man auch bei jedem spiel mhm chopping tool hungry sex oh yeah okay so dann essen wir halt kann man das hier ja ok was ich mich ganz weit frage ist wo können wir nicht was zu essen sondern lernen so eine axt nirko nirkt warte warte nichts klar mhm bestimmt hat man das am anfang gehabt und ich habe es nicht equipt oder so das kann auch sein das kann auch sein das kann auch sein so wo denn so wo denn so wo denn use the lean to Ok, hier, äh, Clover Siebt zu bei bei mir, so ist es Gebrochen ein Cloverleaf hier Leiser Ja, wieder Chop Ich höre es dir, wir haben es, wir haben es, wir haben es ganz normal vergessen, weil, das ist so der Standard-Ding hier Geh mal hier Hier guck mal, Dreck, Dreck schon so gut angefangen, Dreck war es vergessen Ähm So, das ist, das ist ja die Sache jetzt Hier ist nichts Hier ist nichts Here ist es, das ist es, wir haben es lige, das ist LEDs G ABS Untertitelung des ZDF, 2020